hey aber ich habe nicht mehr ständig die billig knarre drin ja was ist schon mal du auch wenn keff wieder mal dein outfit sieht natürlich mit autos was sonst denkst du das habe ich nicht gesehen dass du schon wieder um die ecke kommst ist alter warum sie überhaupt so viele pfützen was war das schon wieder richtig erwischt mit einem kaliber mein mädchen ist gleich weggeflogen jose ich habe dich noch gesehen aber oben auf dem dach ich bin dir das wort aber von der vergangenheit die scheiß autos da hinten weg der kopf hat rausgeguckt da guckt der rein aber diesmal rausgeguckt das ist kevin auf dem ersten los das ändert sich nachher noch ich gehöre auf letzten da muss ich hin nein doch du kannst doch nicht einfach hier zu mir kommen das geht doch nicht doch klar kann ich doch das ist meine arbeit normalerweise komme ich mal dahin alter mein aim war gerade so scheiße also 20.000 schüsse direkt vor ihm nicht einer trifft der hat getroffen da stand da wieder der unerbittliche jetzt siehst du jetzt geht es wieder bergab jetzt geht es wieder bergab naja das war so der anfang jetzt kevin du bist viel so negativ ne ne ach heute ist es echt wenn ich da mit dem kaputten controller ist es eh kaputt äh gar nicht chance so 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 mit der letzten kugel natürlich steht er wieder hinter mir und Mist spät auf den Kopf gezielt viel zu spät auf den Kopf gezielt Fan joust färgent 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 ich treffe die ich schieße auf den körper aber nichts nichts kommt sie sofort aus der karre raus mann ich wollte kratz wenn er schießen da kommt jetzt ich habe das auto auch gejagd mensch kevin du gibt es nicht gibt ja auch noch glaub ich war ja vorhin gerechnet hast du überhaupt noch mit spiel das ist mir wunderbar wurde habe ich auch gerade irgendwie das war hat schon erledigt der wieder beendet mit der billig klare sagt unterdreckt dass ich gesagt der jürgen der spiel alles hoch von wegen ja sprich baby grüß dich wie geht's alles gut bei dir jetzt sind hier schon wieder so explosionsfreudig kochen ok steht unsichtbar das auto nein aber mensch entweder die scheiß baby oder morgels einer von denen es kann auch ein egal die blut steht vor was macht er erst mal recht darüber die beiden mann macht was es will ich mache mal was ich will jetzt weißt du abstattet worden gibt hier was ist doch wieder der morges es ist doch nicht normal stirbt erst mal ein satz den man nicht oft hört irgendwann ist man schluss mit lustig bei dir ja das schluss mit lustig m so viele schießen auf mich wurde die bürger 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 oh ich glaube auf mich haben gerade zwei oder drei geschossen wer war denn das das ist nicht wahr du es interessiert den 0,0 dass man den auf dem kopf zählt schätzen beinahe erwischt konnte die noch wegrennt die pläne kuh sowas verlierst du dann weil die menschen die 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 runden ich habe da mit einem gefilter voll auf den schädel geschossen ich darf halt nicht mehr gewinnen immer diese flecken auf dem tisch noch mal so blöd guck ist der kakao weg kakao so ihr wollt abwechslung jetzt habt ihr abwechslung soll man jetzt wieder machen wieder gegen angriffe überlebenskampf